Was ist das Besondere der interdisziplinäre Zuschnitt? Wie sich vielleicht auch andere bei Mitbürgerinnen mobilisieren? Das Besondere ist vor allem, dass es in Deutschland ja fast nur quantitative Studien gibt zu politischem Handeln im Internet. Wir aber untersuchen auch, wie die Akteure selbst ihr politisches Handeln im Internet, insbesondere ihr Konsumpraktiken im Internet, interpretieren und was es da überhaupt alles gibt. Also da kommt man ja durch bloßes Nachdenken gar nicht drauf, was sie da zum Teil alles machen. Die Suche zum Beispiel nach irgendwelchen Gartenparzellen in Berlin, um da sich selbst sein Gemüse anzubauen. Oder auch Projekte über bestimmte Plattformen finanziell zu unterstützen, damit kleine Produkte, die es ansonsten nicht geben würden, überhaupt auf den Markt kommen. Das sind alles konsumgebundene politische Praktiken, die auf das Internet zugreifen, die man nur über diesen Alltagszugang in den Blick bekommt.